Liebe Studierende, herzlich willkommen zu unserem ersten Video zum Amtshaftungsanspruch. Aus unserem kurzen Einführungsfilm wissen Sie schon, dass der Staat für ein rechtswidriges Verhalten seiner Amtsträger einstehen muss. Wir sprechen dann von einer Unrechtshaftung. Besonders examensrelevant ist dabei der Amtshaftungsanspruch. Von wem und in welchem Umfang können Bürgerinnen und Bürger Schadensersatz verlangen, wenn eine Beamtin oder ein Beamter schuldhaft eine Amtspflicht verletzt hat? Und was ist überhaupt eine Amtspflicht? Der Amtshaftungsanspruch hat seine Grundlage in 839 BGB und in Artikel 34 des Grundgesetzes. Diese Regelungen sollten Sie zunächst einmal in Ruhe lesen. In diesem ersten Video schauen wir uns das Zusammenspiel der beiden Normen genauer an und entwickeln hieraus ein Prüfungsschema für die Klausur. Im zweiten Video zum Amtshaftungsanspruch wird es dann um Einzelheiten gehen. Dass der Staat für seine Beamten haftet, ist in historischer Perspektive keine Selbstverständlichkeit. Traditionell ging man noch davon aus, dass der Landesherr als Herrscher von Gottes Gnaden kein Unrecht begehen kann. The King can do no wrong, so hieß es. Folglich konnte der Fürst nach der sogenannten Mandatstheorie seine Beamten auch nur zu einem rechtmäßigen Handeln beauftragen. Wenn sich ein Staatsdiener rechtswidrig verhielt, überschritt er damit seine Vollmacht und haftete dafür persönlich. Ich gebe zu, aus heutiger Sicht ist die persönliche Haftung der Staatsbediensteten eine etwas bizarre Vorstellung. Allerdings wurde dieses Konzept in § 839 Absatz 1 Satz 1 BGB kodifiziert. So ganz erstaunlich ist das nicht. Immerhin sieht das BGB auch in § 179 eine Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht vor. Im öffentlichen Recht wird die persönliche Haftung der für den Staat Tätigen aber nach Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz auf den Staat übergeleitet. Klar ist das richtig, werden Sie denken. Aber halten wir kurz inne, was spricht für diese staatliche Haftungsübernahme? Vor allem sprechen für die Haftungsüberleitung das Rechtsstaatsprinzip und die Rechtsschutzgarantie des Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz. Wenn die staatliche Gewalt Rechte verletzt und sich die betroffenen Bürgerinnen und Bürger dagegen nicht oder nicht mehr wehren können, dann muss der Staat den entstandenen Schaden durch Leistung von Schadensersatz wiedergutmachen. Daneben gibt es weitere Argumente. Einerseits dient die Haftungsverlagerung auf den Staat der Funktionsfähigkeit der Verwaltung. Das leuchtet ein. Denn wenn Beamtinnen und Beamte uneingeschränkt persönlich haften müssten, dann würde sich dies negativ auf ihre Einsatzbereitschaft auswirken. Und andererseits stellt die Haftungsüberleitung auf den Staat sicher, dass die Geschädigten einen leistungsfähigen Schuldner haben. Dass auch das ein wichtiger Gesichtspunkt ist, versteht sich, wie man so sagt, von selbst. Die heutige Amtshaftung ergibt sich somit aus einem Zusammenspiel von § 839 BGB und Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz. § 839 BGB ist die haftungsbegründende Norm. Sie setzt bei der einzelnen Beamtin bzw. dem einzelnen Beamten bzw. wie man vereinfachend sagt, bei den jeweiligen Amtsträgern an. Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz leitet diese Haftung der Amtsträger auf den Staat über. Schauen wir uns nun § 839 Absatz 1 Satz 1 BGB und Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz einmal genauer an. Sie werden feststellen, dass die beiden Vorschriften nicht vollständig deckungsgleich sind. § 839 Absatz 1 BGB spricht traditionell noch im generischen Maskulinum einfach von ein Beamter. Dagegen stellt Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz darauf ab, dass jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes gehandelt hat. Nach § 839 Absatz 1 Satz 1 BGB geht es um Beamte im staatsrechtlich-formalen Sinne. Das sind diejenigen Frauen und Männer, die nach den Beamtengesetzen förmlich zu Beamtinnen und Beamten ernannt worden sind. Anderes gilt für Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz. Hier kommt es nicht auf den formalen Status der für den Staat Handelnden an. Es genügt, dass irgendjemand Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Man spricht davon, dass Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz ein funktionaler Beamtenbegriff zugrunde liegt. Es geht um Beamtinnen und Beamte im haftungsrechtlichen Sinne. Die beiden Normen stellen somit unterschiedliche Anforderungen an die Person der Handelnden. Auf welchen Beamtenbegriff kommt es nun für den Handzaftungsanspruch an? Sie ahnen es schon. Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz muss sich als Norm von höherem Rang durchsetzen. § 839 Absatz 1 Satz 1 BGB ist im Anwendungsbereich von Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz verfassungskonform weit auszulegen. Bei der Verlösung gehen Sie am besten gleich von § 839 Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz als einer einheitlichen Anspruchsgrundlage aus. Aber Achtung! Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz setzt voraus, dass in Ausübung eines öffentlichen Amtes gehandelt wurde. Daraus folgt man üblicherweise, so ganz selbstverständlich ist das nicht, dass die Vorschrift nicht einschlägig ist, wenn Amtsträger für den Staat privatrechtlich handeln. Das ist etwa dann der Fall, wenn es um öffentliche Beschaffungsaufträge, um das Vergaberecht geht. Die Lage wird kompliziert. Denken Sie mal kurz nach. Was gilt denn, wenn es beim privatrechtlichen Handeln zu einem Schaden kommt? Ausgangspunkt muss die Erkenntnis sein, dass in diesem Fall § 839 BGB nicht von Artikel 34 Grundgesetz überlagert wird. Deswegen ist § 839 BGB bei privatrechtlichem Handeln die alleinige Rechtsgrundlage. Da ist allerdings der Begriff Beamter ernst zu nehmen. Es kommt darauf an, ob ein sogenannter Statusbeamter bei privatrechtlichem Handeln seine Amtspflicht verletzt hat. Und bei sonstigen Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die privatrechtlich handeln, greift § 839 BGB nicht, weil sie eben keine Statusbeamten sind. Hier gilt das allgemeine Deliktsrecht. Gegen den Beschäftigten selbst kommt ein Anspruch aus § 823 BGB in Betracht. Und was ist mit dem Staat? Haftet der gar nicht, wenn privatrechtlich gehandelt wird? Sie merken schon, das kann nicht sein. Vertiefen können wir die Frage in dieser Videoreihe nicht. Sie sollten sich mein Skript anschauen oder, viel besser noch, ein Lehrbuch zurate ziehen. Ich will Ihnen jetzt bloß die einschlägigen Normen nennen. Schauen Sie sich die Regelungen zu den Verrichtungsgehilfen in § 831 Absatz 1 BGB an. Diese Vorschrift kennen Sie ja schon aus dem Zivilrecht. Außerdem sollten Sie sich mit § 89 BGB in Verbindung mit § 31 BGB beschäftigen. Hier geht es um die Haftung für Bedienstete, die in der Hierarchie eine gehobene Stellung haben. Im Folgenden werden wir uns auf den Amtshaftungsanspruch aus § 839 Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz beschränken. In diesem ersten Video werden wir uns zunächst einmal nur mit dem Prüfungsschema beschäftigen. Auf die Einzelheiten werden wir im nächsten Video eingehen. Den Amtshaftungsanspruch können Sie auf unterschiedlichste Art aufbauen. Aus unserer Sicht empfiehlt sich ein zweigliedriger Aufbau. So wird das Zusammenspiel von § 839 Absatz 1 Satz 1 BGB und Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz besonders deutlich. Für einen Amtshaftungsanspruch benötigen wir zunächst einen Anspruch gegen einen Amtsträger, der dann anschließend auf den Staat oder eine andere Körperschaft übergeleitet wird. Wenn zum Beispiel die hamburgische Polizistin P bei einem Einsatz fahrlässig das Blumenbeet des Gärtners G zerstört hat, könnte der Obersatz in der Klausur lauten, G hat wegen des zerstörten Blumenbeetes gemäß § 839 Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz möglicherweise einen Anspruch auf Schadensersatz gegen die Freie und Hansestadt Hamburg. Dafür müsse zunächst ein Anspruch gegen die P aus § 839 Absatz 1 Satz 1 begründet sein, deren Haftung dann im Rahmen der Amtshaftung nach Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz auf die Freie und Hansestadt Hamburg übergeleitet wird. Lassen Sie uns nun aus § 839 BGB die Voraussetzungen für den Anspruch gegen die Polizistin den P als Amtsträgerin herleiten. Wie eben festgestellt, ist der Begriff Beamter im Anwendungsbereich von Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz verfassungskonform weit zu verstehen. Zudem brauchen wir ein Handeln in Ausübung eines anvertrauten öffentlichen Amtes. § 839 Absatz 1 Satz 1 BGB verlangt dann, dass die Polizistin P als Amtsträgerin, die ihr Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht verletzt hat. Das ist unser zweiter Prüfungspunkt. Drittens prüfen wir, ob die P die Amtspflicht vorlässig oder fahrlässig verletzt hat. Und viertens setzt § 839 Absatz 1 BGB voraus, dass dadurch ein Schaden entstanden ist. § 839 Absatz 1 Satz 1 BGB haben wir damit voll ausgewertet. § 839 BGB enthält allerdings noch Regelungen, die den Anspruch ausschließen können. Sie sollten den Rest von § 839 BGB noch einmal lesen. Für die Prüfung empfiehlt es sich, den Anspruchsausschluss vor dem entstandenen Schaden zu prüfen. In unserem Schema fügen wir diesen Prüfungspunkt deshalb als vierte Voraussetzung ein. Damit haben wir alle fünf Voraussetzungen für den Anspruch gegen die Amtsträgerin herausgearbeitet. Danach prüfen wir die Haftungsüberleitung. Artikel 34 Satz 1 führt dazu, dass der Amtsträger nicht persönlich haftet, sondern der Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er oder sie steht. Noch einige wichtige Sätze zu den Anspruchskonkurrenzen. Der Amtshaftungsanspruch sperrt als, wie wir Profis sagen, lex specialis, bloß das allgemeine Deliktsrecht. Alle sonstigen Schadenersatz- oder Entschädigungsansprüche, die nicht auf einem deliktischen Verhalten beruhen, können neben dem Amtshaftungsanspruch geltend gemacht werden. Daran sollten Sie denken, wenn es in einer Klausur ganz allgemein um die Haftung und nicht nur um den Amtshaftungsanspruch geht. Wenn Sie dann etwa noch auf den Anspruch aus einem enteignungsgleichen Eingriff eingehen, werden Sie wertvolle Punkte machen. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass Aufopferungsansprüche zwar kein Verschulden voraussetzen, aber auch bloß eine Entschädigung keinen vollen Schadenersatz gewähren. Einen vollen Schadenersatz gibt es aber bei Ansprüchen aus einer öffentlich-rechtlichen Sonderverbindung. Diese Ansprüche haben zudem den Vorteil, dass es wie nach § 280 Absatz 1 Satz 2 BGB zu einer Beweislastumkehr kommt. Nicht die geschädigte Person hat, wie beim Amtshaftungsanspruch, das Verschulden des Amtswalters zu beweisen. Es ist der Staat, der beweisen muss, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Auf alles das werden wir in den kommenden Videos noch eingehen. Sie merken, es ist gut, das gesamte System des Staatshaftungsrechts zu durchschauen. Ich kann Ihnen nur raten, halten Sie durch. Fassen wir jetzt aber noch einmal zusammen. § 839 Absatz 1 Satz 1 BGB setzt als haftungsbegründende Norm beim jeweiligen Amtsträger an. Die Haftung der für den Staat handelnden Person wird durch Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz auf den Staat übergeleitet. Gehen Sie in der Klausur am besten gleich von einer einheitlichen Anspruchsgrundlage aus, mit einem weiten haftungsrechtlichen Beamtenbegriff gemäß Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz. Aus alledem ergibt sich folgender Prüfungsaufbau. Römisch 1 Anspruch gegen den Amtsträger Arabisch 1 Handeln in Ausübung der eines der Personen anvertrauten öffentlichen Amtes 2 Verletzung der ihr Dritten gegenüber obliegenden Amtspflicht 3 Vorsatz oder Fahrlässigkeit 4 Kein Anspruchsausschluss 5 Ersatz des daraus entstandenen Schadens Römisch 2 Haftungsüberleitung auf den Staat oder die sonstige Körperschaft Soweit erst einmal zum Aufbau des Amtshaftungsanspruchs. Im nächsten Video schauen wir uns im Detail an, was sich hinter jedem der Prüfungspunkte verbirgt. Auch wenn es heute mal wieder kompliziert war, bleiben Sie mir gewogen. Bis zum nächsten Mal! 1 1 1 1 3 5 Untertitelung des ZDF, 2020